Servus liebe World of Warcraft Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch einen neuen Händler vorstellen in Oribos, wo die besonders Sammelwütigen unter euch ein bisschen was an Währung loswerden können. Also es geht um diese vier Loots hier, deren Rege wird immer mal ein bisschen erweitert. Tazu hatten wir ja schon, da könnt ihr euer Keystone Level verringern. Der Dude macht eigentlich nichts besonderes und hier bei diesem Herrn könnt ihr, wenn ihr in der Weekly Truhe nichts dabei hattet, kriegt ihr ja so drei Splitters und damit könnt ihr euch auch Items holen mit den bediensteten Abzeichen der Belobigung. In dem Fall Archivierte Forschung, Anima, Seelenasche, Stygia oder so ein Fünfer-Pack Cortit-Kristalle. Neu ist Tukol und das ist der Anima-Austausch-Spezialist. Der hat ein bisschen was im Gepäck und zwar auch so eine Cortit-Kristall-Geode, macht auch wieder insgesamt fünf Cortit-Kristalle für 25.000 Anima, also 5.000 Anima das Stück. Dazu zehn schwere Hornbälge, 20 lichtlose Seide oder 20 Eletium-Erz für 7.500 Anima. Also letzten Endes hat er genau dasselbe im Gepäck wie der Dude hier für Tapferkeitspunkte, nur eben diesmal für Anima. Blizzard hat dazu geschrieben, sie haben den Händler eingeführt, weil jetzt mit dem neuen Patch sehr, sehr viele Leute schreiben, dass sie ans Cap mit dem Anima kommen. Also selbst in ihrer Campaign-Hall, wo man, was sind's glaube ich, Pan-Rais-Tausend oder so, wo man die da archivieren kann, selbst das reicht manchen nicht mehr aus. Und dafür wurde jetzt dieser Händler geschaffen, dass ihr mit eurem überschüssigen Anima, wenn ihr auch keinen Transmog mehr braucht oder vielleicht auch nicht wollt oder sonst was, dass ihr mit der überschüssigen Währung irgendwo hin könnt und den ganzen Bums mal ordentlich ausgeben könnt. Ist jetzt in dem Fall keine Welt. Ich sag mal so, zumindest mit den Cortit-Kristallen verdient man aktuell bei uns auf dem Server gerade um die 2,5k Gold pro Stück. Mit den schweren Hornbälgen, hatte ich ja schon mal gesagt, sucht euch danach am besten einen Verzauberer, der euch schwere Hornbälge draus macht, dann sind die Dinger nochmal ein bisschen mehr wert. Also da kann man schon ein bisschen Gold mitmachen. Und ich meine, es wurde auch dazu geschrieben, dass in der Pakthalle könnt ihr euch ja die Paktausrüstung kaufen für Anima. Aber da wurde die Rückkaufbelohnung von Items, die ihr über Quests erhalten habt, also die ihr nicht gekauft habt, sondern ihr kriegt ja jedes Item einmal so, die Rückkaufbelohnung ein bisschen angepasst, dadurch, dass jetzt mehr Anima im Spiel ist. Ich glaube, vorher hat man für einen so ein Item, glaube ich, fast 250 Gold gekriegt, so in dem Dreh. Und wenn ich es richtig gelesen habe, wurde das jetzt auch ein bisschen nach unten korrigiert, konnte ich mir aber bislang noch nicht anschauen. Also, wenn ihr nicht wisst, wohin mit eurem Anima, jetzt habt ihr neue Möglichkeiten. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Danke fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst wie immer gerne ein Like und ein Abo, da aktiviert die Glocke. Und damit sage ich, bis zum nächsten Video, habt eine gute Zeit und reingehauen! Bis zum nächsten Mal!